Yo Leute, was geht? Hier ist euer Shaka Games und willkommen zu einer neuen Folge Crew Pro Club Hashtag die dritte. Zusammen natürlich mit der Pro Club Crew, ja, äh, Leon, Momo und den lieben Björn. Tag. Servus. Servus, Jut. Ja, in der letzten Folge sind wir aufgestiegen in Liga 5 und heute wollen wir uns festigen in der lieben Liga und, ähm, aufstellen. Was ist das, Alter? Doch nicht heute, Dicker, in der jetzigen Folge, du. Nein, in der jetzigen Folge. Ja, aber da kenne ich gar nichts. Du bist so blöd, Alter. Ich bekomme 500 Punkte für ein Spiel. So, Jut, auf jeden Fall, Leute, wollen wir, beginnen wir und Jut, ist es. Let's go. Naja. Let's go, Minus. Ey, können wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen wieder mehr Gegner hier. Ja, das wird, äh, Hardcore. Ja, warum spielen wir eigentlich immer heim, ist ja jeweils. Rein in die Latze, Alter. Mann, Digga, ich will so rein mitzumachen. Scheiße, wir nehmen auf, wach. Äh, kurz mal rauschneiden, bitte. Da kommt ein Beepstorm drüber. Ganz sicher nicht. Ich wollte mich vergnügen. Achso, okay. Mit deinen Spielsachen. Was sagt denn Pascal dazu? Die wollte mitkommen. Achso. Durch, Junge, durch. Ich bin aber hinten auch durchgekommen, also ich hätte den auch reingemacht. Das war wieder gegen die Latte, ne? Das war wieder gegen die Latte. Ja. Ja. Ja, ein Pferd musst du so hoch springen, wie es muss, ne? Ja. Alter Björn, du alte Fon. Ja, super. Digga, ihr wart nicht drin, ihr wart nicht drin, Digga. Ja, da braucht die Momente. Du hast zu reden mit dir selber. Ne, ich hab mit Lars gesprochen. Nein, mit dir selber. Ja, aber wohin? Nein. Ja, spielen. Ja, hab ich da. Einmal. Ich spiel die ganze Zeit. Moin Lars. Pff. Ja, der ist jetzt weg, Junge. Ey, Mann, Digga. Mann, Digga. Guck mal, weil er einen leichten Körper macht, Digga, weil er einen Schlauchten kann, die schwarzen, wie gesagt. Aha. Wären wir hier jetzt ganz komisch oder was läuft hier ab? Was machst denn du da? Hallo. Schön. Hast du noch? Hast du noch? Hast du noch? Hast du noch? 1 und 1. Tritts dann doch eher Richtung 34. Äh, habe ich dann mehr Spanke gemacht? Ja. Ja. Digga, eine Zuckerflanke aus dem Zuckerlehrbuch. Komm, mach dann nicht. Tschüss. Digga, eine Zuckerflanke aus dem Zuckerlehrbuch. Das darfst du einmal Hashtag, ich will Björn, weil Björn der Boss ist und wenn ich Björn wähle, bin ich auch cool. Nein. Nein. Ah ja. Nicht so toll. Komm jetzt. Oh mein Gott. Digga. Was? Nein. Aber warum? Ich spiele doch erstmal flach mit mir. Nein, ich wollte den. Guck mal, der rastet direkt aus. Mann ey, hätte ich den direkt reingemacht, seid ehrlich. Also ganz ehrlich. Ja, aber wenn sie mitgekommen, Digga, hast du nicht gemacht, Digga, Mann. Nein, dann hätte er ihn verloren, glaube ich. Dann hätte er ihn verloren. Nein, aber Digga, ist ja besser gewesen, als einfach den Weg zum Bolzen nehmen. Warum? Der wäre toll ins Teufel. Jungen, Mann. Ich habe hier so eine erschrocken. Mann, ist doch egal, besser als im Kontext zu passieren. Digga, der Ball ist in die Kabine. Nein, Mai hätte schon kurz aufkommen müssen. Digga, ich hasse unser W-Lan, Mann. Ist so schlecht, Alter. Ah, Jungen, 7, 8, Wertung, Digga. Ja, will hier jemand so einen Kapitän haben? Nee. Ich glaube auch nicht. Wer so einen Kapitän dann Doppelpack macht. Auch nicht. Junge, du machst nur Doppelpackpacker. Packer? Packer? Ich bin kein Bäcker. Nur weil wir so gute vorlegen. Nur weil wir so gut vorlegen. Da ist der schwache Fuß, Kapitän, der will denn diese Kommen. Da war der schwache Fuß wieder on point, hey war das nicht ein starker? Egal Männer, ich fahre kurz zu hören, wir hören uns dann da. So, moin Lars, geh weiter, sagst du aber ne Pflege von mir, oder nicht? Auf gehts, Männer, wieder nur zwei Gegenspieler, moin Lars, digga, echt, keiner checkt den Insider außer du, und drüber rein auf eine Healer, zack, da kenn ich gar nichts, ehre, mein Tor, Tor, mein Tor, nein vom Bot, ich weiß, ich bin Baredes, ich hab mich unbenannt. Achso, genau, Freitnam, du hast der B, ist der B. Echt, Sebastian, Baredes, oh, gewonnen. So, wir werden uns das wieder gefangen haben, wir machen so ein Kapitän, da hat sie schon ganze, hat mich schon richtig angenehm. Oh, das ist ein Auswert, Schutzstaffel, Schutzstaffel. Haben die uns hier genannt? Naboo heißt der einfach, das Naboo. Die sind dritt, zu dritt. Auf gehts, Männer, wir wollen nämlich. Guck mal, so ne Pässe sind perfekt. Ey, Meter, nein, nein, der schiebt, nein. Ich hoffe, ich hab kockt. Na egal, mach ihn, mach ihn. Ich wollte, ich wollte noch mal in Rückraum spielen, Momo. Ah, ist okay. Hallo? Mach ihn, Junge. Was? Krieg ich jetzt wenigstens Punkte, die ich in der ausgeholt hab? Ne. Ne, du kriegst Minuspunkte, weil du Batsch gehst. Da kommt sogar Minuspunkte wegen Hässigkeit. Dann müsstest du ja Dauer aufbekommen. Ne, ich hab einen Kuss bekommen. Hört ihr das Community, das, das nicht was ist? Also da bin ich ja. Darf er das? Mann. Mann, Lars. Moin Lars. Tschü. Och, du Lappen, Digga. Ja, klatsch. Junge, Sebi, du blinde. Blinde Klappe, Alter. Ich fick schon auf mein Handgelenk. Moin Lars. Was? Jemand. Ich komm auf so ne Scheiße. Und verfackt, Alter. Moin, du kannst nichts. Oh, du kannst nichts. Komm hier auf. Zieh mich nicht ran, Junge. Ja, wohin? Tschüch. Wie verteidigen unsere Leute wieder, als würden sie auf Abseits... Mann, Digga. Wie verteidigen die denn? Mann, wer ist der Kapitän, Alter? Warum rennen die denn nicht mit nach zurück? Was machen die denn auf Abseitsfall oder was? Ja, warum kommt der Torratt nicht raus? Digga. Was das denn? Er hätte vielleicht rüber gespielt, Digga. Kann der Kapitän nur den Kippen? Ja. Aber Digga, der hätte vielleicht rüber gespielt, Digga. Ja, spielt in Ruhe weiter. Schön. Abfluss. Wir haben 10 Chancen, Digga. Jawoll. Jawoll. Ich wollte gerade sagen, F. Los, leg mich vor, leg mich vor. Ich hau den rein. Schieß mal richtig rauf. Leg mich vor. Oh. 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 Der war nicht schlecht, aber scheiße. Nicht schlecht Rippchen. Auf Rippchen hätte ich auch gerne Bock, Alter. In der Rippchen. Schön. Und Abschluss. Ja! Oh, meine Vorlage. Oh, meine Vorlage. Was sich die Gegner denken gerade. Ach du Scheiße. Meine Vorlage. Ja, wieder Scorepoint für mich. Digga, den Pfeff hat der erstmal unter die Latte. Ja, über Sebi. Du schießt einfach in den Ball except für den Abschluss. Ja, über Sebi. Ja, aber Sebi, so sollst du spielen, Digga. Du bewegst dich nicht viel, sondern stellst deinen Lauchkörper. Alter, dein Fuß. Was ist das? Ah ja, cool. Jawohl. 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 Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los, Alter. Und das war's wieder mal für einen neuen Part. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Besucht meinen Kanal bitte. Und lasst gerne ein Abo da. Oder ein Like. Ja. So wie Stefan gesagt hat. Und stimmt für Leon ab. Genau. Und die Abstimmung läuft immer noch auf dem zweiten Video. Ja. Und dann würde ich sagen, haut rein. Halt doch jetzt mal die Fresse. Für mehr Spaß und... So. Und trotzdem wird sich noch nichts ändern. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Mann, halt doch mal auf jetzt hier. Ich würde das Video beenden. Ja. Und ich würde noch einen schönen Tag hier. Halt doch mal die Fresse hier. Hallo FSK. Tschüss.